Musik Musik Mit Sonntag, dem 12. Mai, beginnt das Kulturfestival. In der Pfingstart 2019 zu sehen, ab 12 Uhr in der Basilika am Weizberg, die Buchinstallation von Francesco Cataldi, Lost Memories II, das Interesse der Biennale Ausstellerin gilt der im Inneren der Bücher gefangenen Erinnerung. In der ausgestellten Objektreihe sind die Buchseiten eingerostet, die Seiten zerfetzt, die Papiere abgegriffen. Musik Weiterführend vor einem Seitenaltar, Clean Hands oder ich wasche meine Hände in Unschuld. Eine Vielzahl von gelben Plastikeimern mit jeweils ein paar rosaroter Putzhandschuhe, saubere Hände und schmutzige Geschichte. Am Mittwoch, den 15. Mai um 19.30 Uhr in der Dabo-Kirche Weiz, das Abendkonzert I, das Radio String Quartet, das sind Sophie Abraham, die Cello, Sincia Liao, Viola und die beiden Violinen mit Igmar Jena und Berni Malinga. Ihr neues Werk in Between Silence führt durch geheimnisvolle fremde Welten in neue musikalische Mikrokosmen. zwischen neuer Musik, Jazz und moderner Klassik. Spannungsgeladen und dramatisch. Dramatisch. Musik Am Montag, den 20. Mai um 19.30 Uhr, im Kulturkeller am Weizberg, der Themenabend Geschichte der Gefühle. Rechtsnationale schüren Ängste und Ressentiments, instrumentalisieren Gefühle. Im Gegensatz dazu will der Themenabend Geschichte der Gefühle zeigen, wie subtile emotionale Empfindungen dargestellt werden können. In ihrem neuen Gedichtband Am Abgrund und dem Himmel zu Hause beschreibt Sabine Gruber das Unbeschreibbare, nämlich das Leben nach dem plötzlich und völlig unerwarteten Verlust des geliebten Lebenspartners. Die Essenz eines Abschieds in schlichter Poesie. Die halbe Wohnung, das halbe Zimmer, das halbe Leben, Liebe ohne Linderung. Wo soll die Hand hin? Warum halten die Vorhänge still? Die wechselnden emotionalen Bindungen zwischen oben und unten, zwischen Bevölkerung und Politik, zwischen Vertrauen und Misstrauen spürt Erich Hackl in seinem Roman Am Seil nach. Das Buch stützt sich auf Erinnerungen aus der Zeit des Naziterrors, als es einem Miederhandwerker gelang, zwei Menschen vier Jahre lang in seiner Werkstatt zu verstecken. Reinhold ist der Held meiner Geschichte, nur seinetwegen erzähle ich sie. Er war der beste Freund ihres Vaters zu einer Zeit, in der Männer noch beste Freunde und Frauen beste Freundinnen hatten, vor einer halben Ewigkeit also. Damals, Mitte der 20er Jahre, müssen sie sich kennengelernt haben. Rudolf Graus und Reinhold Duschka zufällig nach einer Vorlesung im Palais Eschenbach oder auf einer Lagerwiese in der Lobau oder schon bei Duschkas erster Kletterpartie mit dem Alpenverein Teilstein im südlichen Wienerwald stelle ich mir vor. In einer begleitenden Ausstellung zu den Lesungen zeigt Renate Gramer reale Linien. Sie setzt dabei ihre grundsätzliche Beschäftigung mit der Linie fort. In ihren aktuellen Arbeiten reißt sie Papierblätter auseinander, akzentuiert die Risslinien mit Metallfarben. Das destruktive Element wird hier Ausdruck des gestalterischen Kalküls. Mittwoch, 22. Mai 1930, Darburg-Kirche-Weiz. Matthias Bartolomé Cello, Clemens Bittmann, Violine und Mandola. Selten hat man Streicher gehört, die sich so lustvoll dem Groove hingeben. Bartolomé Bittmann bringen jene musikalischen Tugenden leichtfüßig auf den Punkt, die man üblicherweise nicht mit klassischen Instrumenten verbindet. Unbändige Spiellust und radikaler Rhythmus. Musik 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 Musik